Cheerio, meine Freunde! Willkommen zurück zu... Ja. Rust! Und irgendwie... ist das Haus weg. Und ich verstehe nicht, warum. Weil das hier... Das hat sich aufgelöst. Ist das dein Ernst? Ja, sogar meine Kisten haben sich aufgelöst. Toll! Hä? Das ist doch totaler... Crap. Sorry, wenn ich das so sage. Außerdem fehlt hier eine Kiste. Ich hatte drei Kisten. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass die jemand kaputt gemacht hat. Und jetzt hätte man mir natürlich meine Waffen auch abgenommen und so. Was ist das denn für ein... Toll! Alter, geht das schnell kaputt, die Sachen. Dafür sollte man dieses Ding wahrscheinlich bauen. Dieses, äh... Werk... Hier, wir haben eine Werkbank. Ja, wir haben die Werkstattstufe 1 zu benötigen. Stufe 2. Ja. Komm, mach doch gleich ganz kaputt hier. Toll. Hier ist noch Holz. Das nehme ich mit. Ja, dann dürfen wir weiterziehen, wa? Problem ist nur, wie nehme ich die Sachen jetzt mit hier? Das kann ich da reinpacken. Knochen kann ich da hinpacken. Ähm... Das Nähzeug packe ich da hin. Das Leder packe ich da hin. Das Seil... Wieso kann man das... Wieso kann man das nicht stacken hier? Hä? Rohes Hähnchenfleisch, rohes Pferdefleisch. Achso, das sind zwei verschiedene Fleischarten. Die will natürlich das Rohöl mitnehmen, ne? Ist ja klar. Und hier... So. So. Hm. Das ist natürlich bescheiden jetzt. Dass die ganzen Sachen weg sind. Ich hatte eine ganze Kiste mit Munition so gehabt. Die ist jetzt komplett weg. Äh... Äh... Schön. Gut. Ähm... Dann würde ich mal sagen, wir bauen gleich ein Haus aus Stein. Das ist Schwefelerz. Ach, das ist so gerade so... Äh... Warum? Weißt du? Äh... Warum? Vielleicht sollten wir da oben auf den Berg bauen. Das wäre ja auch eine Idee. Warum war ein Haus da oben auf den Berg? Was ist damit jetzt? Ich kann eine neue bauen, aber... So. Ach man, das ist jetzt aber deprimierend, dass das Ding so schnell kaputt gegangen ist. Was? Haben wir Stein dabei? Haben wir. Dann würde ich noch ein bisschen Stein abbauen hier. Und dann finde ich Baron wieder oben auf dem... Auf der Dings hier, auf dem Berg. Und dann lassen wir schon Steine fallen, weil wir über... voll sind. Dann stelle ich einen Werkzeugschrank. Aber wie? Das kann ich wahrscheinlich wirklich nur mit der Workbench erst machen. Da sind jetzt schon wieder diese tollen Wissenschaftler. Diese Bastard. Hier könnten wir eigentlich was Schönes bauen. Und dann bauen wir hier so ein kleines, verstecktes Häuslein. Oh, geht das da oben drauf? Eigentlich echt nice, so oben drauf hier zu bauen. Warte mal. Heps. Da hinten liefen die Wissenschaftler rum. Hier so hinzu? Das wäre doch interessant, so zwischen diesen... Hier ist sogar ordentlich Stein noch. Hier ist Schnee. Ja, warum nicht? Bauen wir hier so ein klitzekleines Häuschen hin? Kann ich das denn auch da drauf bauen? Also auf... Moment. Ja, aber das sieht man zu schnell. War vielleicht nicht das Beste hier. Weil irgendwie... Okay, ich baue das doch lieber hier hin. War nicht so gut die Idee gerade mit dem Dings hier. Warte. 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 Da muss ich jetzt halt so lange spielen, bis wir was aus Stein bauen können. Was ist jetzt denn? Warte. So ein Terrain? Wieso? Hä? Hier unten kann ich es hinbauen, aber... Aber woher wollen wir hier so eine Treppe hin? Warum wir hier halt so eine Art Treppe hin? So. Heps. 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 Ja, dann müssen wir mit dem Baum loswerden. Heps. Dann müssen wir wieder ein Haus bauen. Das ist aber nervig. Das Positive ist, wir können den Furnace... Äh, diesen Furnace bauen. Also den... Ofen. Fertig. Na los. Bam. So. Sehr schön. Zack. Na hier wäre ein bisschen komisch. Ja, aber warum wir auch hier noch ein bisschen lang? So. Das reicht jetzt erstmal. Dann bauen wir Fenster. So. 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 Da kommt der Eingang hin mit der Tür. So. Sehr schön. Dann... Den Hammer haben wir nicht mehr. Das ist natürlich schade. Weil ich würde das nämlich instant jetzt auf Dings hochbauen. So. Craft. Und dann würde ich jetzt gerne Kisten noch bauen. Da. Stimmt, mir fällt gerade ein, mein Schlafsack ist natürlich auch weg. So. Moment. Zu Steine aufwerten. Hallo? Hallo? Ah. Mist. Wir brauchen mehr Stein. Wir brauchen mehr Stein. Da, la, 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 la. Müssen wir gleich ordentlich Stein noch suchen gehen. So. Hier. Erstmal noch ein paar Sachen rauspacken hier. Sind das diese Stücke, die man da verbraucht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich will ja auf jeden Fall auch dieses Rohöl da mitnehmen. Damit wir daraus was, äh, bauen. So. So. Den. Schlafsack habe ich doch irgendwo, oder? Äh, achso. So. Was brauche ich denn jetzt für den Werkschrank? So. Werk. Besser. So. Workbench. Metall Bruchstücke. Was sind Bruchstücke? Verdammt. Schrott habe ich. Was sind Bruchstücke? Was sagt der Ofen? Ja. Zu schmelzen. Holz. Brauchen wir denn nicht nur Holz? Okay. Finde ich gut. So. So. Da. Da. Jetzt können wir mal kurz die Dings hier. Genau. Zack. Bauen wir schon den Schmelzofen. Sehr fein. Stein. Ich hatte hier oben ein Steinvorkommen gesehen. Man weiß aber auch nicht, welche Steine man hier aufheben kann, welche nicht, ne? So. Heps. So. Gib mir Stein. Ich hole Stein. Wuhu. Dann haben wir Stein hier irgendwo. Da. Da ist das Glitzern. Wenn man diesem Glitzern haut, dann kriegt man nämlich umso mehr Stein. Da. Ja. Wuhu. So. Der Ofen ist fertig. Ich will den Ofen sogar draußen hinstellen, ganz ehrlich gesagt. Falls das Haus wieder kaputt geht. Habe ich keine Lust. So. Wir stellen ihn einfach mal hier so hin. Sehr schön. Was braucht der? Äh. Ich möchte mal das Haus so. Wenn ich hier noch hinstellen, ich stelle sicher das Brennstoff für Holz in der Drücke mit Linksknopf. Okay. Wir packen mal Holz rein. Packen das jetzt da rein. So. Metallerd. Ich weiß auch noch nicht, woher ich Metallbruchstücke bekomme. Was ist das hier? Metallerds. Und hochwertiges Metallerds. Okay. Kriegen wir viele Metallbruchstücke jetzt da durch? So. Schwefel gibt es hier auf jeden Fall. So. Komm mal her. Und hier ist hochwertiges Metall jetzt. Okay. Können wir einen? Ne. Können wir keinen Lager feiern, ne? Mit Fetholz. Ja. Wieso? Genau mehr Stein. Da. Zack. Und zack. Und zack. Aber manchmal fühlen ja zweite Booten zu etwas. Juhu. Ich nehme jetzt einfach mal ganz, ganz kacken dreist den Hammer. So. Und werde auch weiter aufwerten. Weil ich bin paranoid jetzt geworden. Als erstes kommen die Wände dran. So. So. Das kostet viel zu viel Stein, ey. Ich bezahle jetzt 210 Steine pro. Na. Schön. Alle Wände sind schon mal geschafft. Kann ich eine Dings denn craften? Warte. Tools. Ne. Fehlt Holz. Holz. Da. Metallbruchstücke. Okay. Jetzt haben wir sie. Sehr schön. Super. Kann ich damit auch Holzholz hacken? Nö. Kann ich nicht. Muss ich mit Stein craften? Ein Stein. So. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Geht immer noch nicht. Ach Gott. Also im Grunde müsste ich noch Stein suchen. Einfach damit wir die, äh, das Haus weiter aus. Baustellen. Baustellen. Bam. Sehr schön. Einem. Oh, fuck. Das war jetzt eine Spontanaktion. Reaktion. Das war jetzt weniger gewollt. Ich hab mich einfach nur erschrocken. Und ich wollte nicht sterben. Ja, ja. Das war jetzt eine Reaktion. So eine Bopp. Oh, wir müssen nur so gleich kochen. Wegen Essen. So. Axt. Dankeschön. Dann warten wir mal. Das ist mir diese wunderschöne Axt. Hab ich da Schüsse gehört in der Ferne? Kann man nicht gucken, wer hier auf dem Server mit drauf ist? Nee, das ist nur eindeutig. Das sind ja Schüsse hinten. Irgendwo in der Ferne oder so. Dann gehen wir mal zurück. Und wir unterwegs sind. Mann, jetzt ist mir mal noch so gut, ey. Da tauchen hier plötzlich überall diese Viecher auf, ey. Jetzt sehe ich aber auch nichts mehr. Lass mich nach Hause gehen. Hebs. Ich geh jetzt nach Hause. Tschüss. Keine Lust mehr. So. Ein Lagerfeuer. Da. Dann einmal das Hämmerchen hier, bitte. Okay. Okay. Moment. Ich sehe da ja nicht so viel. So. So. So, ein Stückchen Holz. Mist, ich habe keinen Stein mehr. Ach ja, mein Schlafsack liegt da ja. So. Jetzt warten wir mal, wenn wir das Fleisch da gebraten sind. Dann können wir was essen. Ich habe nur noch fünf Munition, ey. Wegen diesen Kackviechern. Ja. Können wir mal ein Schlüppchen trinken hier. So, wie gesagt, ich will als nächstes diese Dings spawnen, endlich. Pauschrank. Dünne Rony bauen kann. Und können, musst du dies immer versuchen. Du solltest den Schränk daher beschützen. Wie gesagt, ich glaube, dass wir diesen Bauschrank oder Werkbauschrank erst bauen können, wenn wir eine Werkbank gebaut haben. Metallschrott habe ich hier. Das ist ja nicht das Problem. Und so, wir essen uns jetzt mal richtig satt hier. Da, Metallschrott, so. Haben wir da zehn, das reicht. Vollkommen. Dann holen wir gleich mal die Metallbruchstücke unten außen. Naja, wir brauchen 150 davon. Holz brauchen wir natürlich auch noch. Mann, ey. Na, 100 Stück brauchen wir davon. Wie man nichts sieht hier. Haps. Wie kostet denn so eine Fackel? Ja, geht mal her hier. So, auf den anderen Sitz müssen wir noch warten. Oh, wir haben Wolfsschädel. Wie sieht deine Bekleidung aus, derzeit? Alter, hier. Knochen. Schützt den Kopf. Knochenrüstung. Kerzenhut. Wolfskopf. Explosion plus 30. Nahkampf. Alter, der ist richtig gut. Brauche ich mir mal. Leder-Poncho ist natürlich auch recht gut. Müsste aber, glaube ich, eher in die Hosen dann basteln. 25. 25. Projekt hier. 4. Nahkampf. Mhm, bis 40. Ich glaube, das ist sogar besser als das andere noch. Nehm ich auch mal. So. Eine schicken. Wolfshut. Jetzt haben wir gleich noch die schicke Rüstung. Die Knochenrüstung. Äh, Weapons. Holzspeer, ja schön. Irgendwie das, was ich mir gar nicht gedacht hab. So, Ammo. Na, ihr könnt uns doch Knochenpfeile machen. Und 10 Knochenpfeile. Ich könnte aber allgemein mal wieder ein paar Pfeile gebrauchen. So. Fangen wir mal den Pullover auch hier rein. Und die Knochenrüstung ist auch gleich fertig. Ja. Und da ist sie fertig. So. Jetzt sollte ich mal einen Türrahmen da so langsam hinten bauen. Wie viel das soll's für die Tür? So. Moment. Oh, wenn man noch einen Moment sagen will. Und es bricht schon. Es bricht doch dann auch einmal hier raus. So, damit das hier nicht Schrott geht. Man, das ist auch so schnell zu verfallen, ey. Was heißt das hier denn für Wände und so? So, die Jacke hier auch noch mit rein. So. Kurz mal die Nase geschnapst. So ein bisschen durchs Inventar gegangen. Oh, das Feuer ist alle. Flugzeug. Oh, fuck. Und der U-Schrauber ist da hinten auch schon. Alter, fliegt doch bei Nacht. Oh, fuck. Mist, ich hab den... Ich hab das Flugzeug leider nicht zu spät gesehen. Hm, es wird langsam wieder Tag. Das ist ganz gut. So, Leute. Bevor der nächste Tag anbricht, beende ich die Folge mal für heute. Beim nächsten Mal schauen wir dann mal, dass wir wieder mehr Holz kriegen und noch Stein, um unsere Befestigung mal ein bisschen... Ja. So besser, als zu befestigen. Also dann. Ciao, ciao. Ciao. Outro